Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Let's Play Brickforce hier auf Derafins Channel. Oh ja, oh ja, mal wieder ein neues Spiel. Es hatten einige gefragt, spielst du denn Brickforce, wirst du Brickforce spielen? Ich hab mich damit noch gar nicht beschäftigt. Jetzt hatte ich die Möglichkeit, dank Master of King von S15 aus meiner Gilde von SF Game, um hier mal so da reinzukommen, hier bei Brickforce über so einen Key. Vielen Dank nochmal an der Stelle dafür. Auf jeden Fall, ich will es jetzt auf jeden Fall mal antesten. Ich hab mir noch nichts dazu angeguckt. Ich hab jetzt wirklich zum ersten Mal das Spiel gestartet. Ich dachte, es könnte lustig werden. Ich schau es mir einfach mal an. Ich würde sagen, ich schau einfach mal als erstes in... Ich war hier in den Einstellungen. Ja, ich geb's zu. Nein, aber ansonsten denke ich, dass Tutorial vielleicht erstmal ganz schlau wäre. Äh, au, das bimmelt aber laut. Okay, so, was geht ab? Bewegungstutorial. Gelange mit Hilfe von BASD zum, ähm, bla, für Nahkampfwaffe. Okay, Drückforce und 1 für Hilfe, ah ja. Hm, ja, aha, okay. Au, das ist aber, ja, gewöhnungsbedürftig, aber ich denke, das geht klar. Was? Äh, Nahkampfwaffe-Tutorial. Zerstöre die... was? Die Ziele und bewege dich vorwärts. Linke Maustaste. Boots. Äh, Boots. Aha. Oh ja, okay. Oh, hoffentlich gibt's dafür einen Texture-Pack, weil im Gegensatz zu Minecraft sagt mir das so... Weiß nicht. Muss ich das jetzt toll finden optisch? Ist das jetzt auch sehr stilvoll oder... Äh, ich weiß es nicht. Aber dafür teste ich's ja an. Ich teste es ja heute nur an. Ähm, und zerklopfe hier lustig Dinger. Gehe zum Schusswaffenausbilder. Alles klar. Boah, das ist so irgendwie so... Die Steuerung. Was? Was? Hier? Wo denn? Kaputt machen? Was? Kann ich hier rüberhüpfen oder was? Ja. Ähm, schieße und zerstöre die Ziele. Linke Maustaste. Ah ja. Äh, schieße und zerstöre die Ziele. Was ist da? Äh, hm, da hin. Ja. Aha. Gehe zum Granatenausbilder. Läuft. Mach ich doch gerne. So, dann einmal sicherlich hier rüberwerfen oder so. Na, geht in Deckung. Alright. Naja, das war's noch nicht ganz, ja. Und jetzt... Äh, läuft. So, nächstes Ausrufezeichen. Das geht ja hier flink von der Hand, sag ich mal. Die Wolken find ich irgendwie ganz schön. Die Ränder haben so Stil mit diesem Kantineffekt. Hm. So, naja, dann mal weiter. Oh, hier ist so viel angenehmer. Äh. So, Scharfschützen-Ausbildung. Ah ja. Äh, ja, ja, ja. Mhm. Und zerstöre Ziel. Naja, das kenn ich doch. Rechte Maustaste? Alright. Das war ja fast klar. Aha. Nicht getroffen oder was? Oder Post. Gott, ist diese Tonausgabe laut. Das muss ich bei Gelegenheit mal irgendwie noch hier stoppen. Arrgh. Tutorial. Ja, so, jetzt wieder klarkommen. Tutorial beendet. Super. Als Belohnung hast du einige coole Items erhalten. Super. Wirf einen Blick in mein Inventar. Wo ist denn das? Bimmel, bimmel. Ja, hier. Das bin ich im Übrigen. Wow. Ich seh mich zum ersten Mal. Aha. Mhm. Das bin ich. Deraphine 23. Ja, ja. Böse, böse. Irgendwie mein Name war schon weg. Das mag ich überhaupt nicht. Das passiert mir aber hin und wieder mal irgendwo, wenn ich mich registrieren will. Was ich immer sehr schade finde. Dann nenne ich mich halt so oder keine Ahnung. Ich habe mittlerweile auch aufgehört, mich drüber zu ärgern. So, was denn jetzt? Was kann ich denn jetzt? XP. Habe ich keins bekommen fürs Tutorial. Schade. Karte erstellen. Baumodus. Aha. Kartenmanager. Meine Items. Ja, ich habe Items oder was. Schraubschlüssel. Super. Eine, ja. Schusswaffe. Noch eine Schusswaffe. Und Granaten. So viele Waffen. Was sind das für ein Spiel? Oh mein Gott. Wo bin ich denn hier gelandet? Aha. Ja. Aha. Naja, was auch immer. Ja, irgendwie, äh, was? Uh. Ups. Aha. Ja, ja. Irgendwie bin ich gerade leicht verwirrt. Ähm. Das sieht auf einmal so ganz anders aus als eben. Nach dem Tutorial. Und so wirklich, das Tutorial hat mir zwar die Störungen nähergelegt, aber was ich jetzt hier machen kann, weiß ich immer noch nicht. Super. Äh. Aha. Kartenmanager. Kartenverwaltung. Ne. Oh Gott, ist das peinlich gerade. Wenn man halt noch gar keinen Plan hat. Einstellungen. Ne, da war ich ja schon. Oh ja, kann ich den Ton wieder leise. Ich hab den schon so leise. Gott, ist das ätzend. Mhm. Spielen. Ne, ich will spielen. Ja, spielen. Spielen klingt gut. Quick Join. Ja. Ey. Und dann werde ich wahrscheinlich immer geflamed und rausgeschmissen. Weil ich überhaupt keine Ahnung hab, was ich machen muss. Was? Oh nein, da wurden schon Leute, da werden schon, oh Gott, da werden schon, was? Da werden schon Leute gekickt. Oh Gott. Ich war, oh, ich werd bestimmt auch gleich gekickt. Mist. Ich, ich warte, glaub ich. Ich glaub, das passt. Ich glaub, das passt. Oder? Bereit? Wo bin ich? Da? Bereit. Bereit. Ich bin bereit. Ach so, es werden alle gekickt, die nicht bereit sind oder so. Ich, oh, ich glaub, das sind vielleicht Abzeichen oder so. Oh, was ist denn das für ein Mist? Hallo. Ah. Jetzt Quick Join. Das ist also das, was man unter Quick Join versteht. Okay. Okay. Jetzt bin ich ready. Ready? Ja, ja. Ja. Was geht? Hä? Ja. Ist mir jetzt das Spiel abgekackt? Muss ich irgendeine Taste drücken? Ne, oh, nicht Chat. Nein. Mist. Ne, hab nichts geschrieben. Oh, hä? Hallo? Ne, jetzt mal im Ernst, ist das normal? Kann ich diese komplette Aufzeichnung verwerfen? Ja, irgendwie, da geht's doch... Ah, oh mein Gott. Was bist denn du? Hat der mich lieb? Tötet der mich? Was geht ab? Oh mein Gott. Was zur Hölle? Das ist ja schrecklich. Oh mein Gott. Was geht denn ab? Ist das krass. Oh, der ist böse. No, ah, stirb. Oh mein Gott. Ah. Uiuiui. Ich glaube, ich bin in einer guten Gruppe gelandet. Oh. Oh, oh. Da ist ein Böser. Nein, der ist schon weg. Ach, du Schande. Da lobe ich mir doch Minecraft. Was, was? Der war böse. Der war böse. Das läuft. Oh. Oh, ist das laut vor allem. Verdammte Scheiß. Die wand an. Aua. Ah. Das ist ein Böser. Das ist auch ein Böser. Ah, Mist. Ich hätte vielleicht neu laden müssen. Ach Gott, ist das anstrengend. Okay, okay. Da bin ich wieder. Äh, du bist böse. Du bist böse. Stirb. Oh mein Gott. Da oben ist einer. Nein, wo? Wo ist denn da einer? Hups. Kann ich irgendwas bauen? Ich dachte, hier kann man bauen. Von wo schießt denn einer? Ah. Sie kommen von vorne. Viele. Oh Gott. Oh nein. Ah. Stirb doch. Stirb, du Luder. Wieso stirbt er nicht? Oh man. Oh man. Granate ist, äh, was war G? Bomb. Ah. Tatsache. Ich glaube, ich habe eine Granate geworfen. Oh, ist das laut. Ich habe Kopfhörer auf so halt und mein Rechner recht laut. Und, ah, stirb. Ha. Manchmal, ach so, da kam noch einer von uns. Ah, das ist auch ein Böser. Ah, das war ich nicht zum Glück. Haha. Zum Glück, ja. Habe ich jetzt nachgeladen? Nee, er ist bestimmt nachladen. Er wie Reload. Ja, das macht Sinn. Wow, das sind ja ganz viele von denen. Granate. Nee. Hä? Wie habe ich denn die Granate beim letzten Mal geworfen? So. So viel zum Thema Tutorial. Ich dachte, ich hätte das geblickt. So, jetzt probiere ich mal das hier hinten. Ohne, oh. Im Optimalfall ohne jemandem weh zu tun. Geh. Oh. Wo sind denn eigentlich diese anderen Waffen? Muss ich die finden? Oder? Was ist das jetzt? Nee. Oh? Nee. Egal. Ich versuche ja immer noch rauszufinden, was denn jetzt mit Granaten? Oder sehe ich das? Ah. Okay. Ach, das ist der Schraubschlüssel. Okay. Schraubschlüssel. Ah ja, okay. Jetzt ist alles klar. Jetzt ist alles klar. Und naja, Schraubschlüsselgewehr habe ich wahrscheinlich nicht. Was denn das hier für ein mieser Zweifel hier hin und her gedöhntes Gekloppe? Das ist ja übel. Wo bin ich denn hier? It's a trap? Oh nein. Das geht sich doch mal überhaupt nicht aus. Ich und so ein Spiel. Kann ich hier irgendwo... Ah. Von wo schießen sie denn? Kann ich mich irgendwo ducken? Seh wie Crouch. Nicht. Mist. Ich will mich ducken. Von wo kommen sie denn? Wer schießt denn? Ah, ich höre überall nur Geböller. Da oben ist das ein Böse... Ja. Ja. Mua. Ha. Reload. Ha. Oh Gott, ist das laut. Na, da kommt... Ah, da. Fahrt zur Hölle. Oh nein. Kommt von da. Nein. Geh doch weg. Mpf. Naja, nachladen. So, und... Ah. Ah. So, Kinder. Äh, wo ist denn jetzt hier... Der böse Mann? Hinter mir... Ah, wahrscheinlich. Ich wusste es doch. Ja, äh... Kinder, ist echt... Ich hab Angst vor Creepern und laufe immer weg und schrei vor jedem blöden Einzelnen. Ist das ein Weg, naja. Mob, äh, in Minecraft, das bestimmt auch. Oh, nein. Wo rennt denn der hin? Ah, rennt der mir denn rein? Warum ist denn der... Warum hat denn der denn das so Heilzeichen? Warum heilen die sich? Ich will mich auch heilen. Was denn? Red, blue... Red sind das Punkte? Bin ich rot? Ne, ich bin blau wahrscheinlich. Bei meinem Spielstil bin ich blau. Haha. Sowohl als auch. Das könnt ihr jetzt in jedweder Form deuten, weil... Keine ist falsch. Oh, ich glaub, ich renne immer mitten zum Gegner rein. Das Grüne sind meine Leute. Was bist du? Ist du... Ah, das ist ein Gegner! Der auch? Mist. Oh. War der Gegner? Ja. Hm, hm, hm. Huh. Oh. Mist. Ha. Ne. Das hat mir mit geholfen, glaub ich. Oh, ich hab nicht mehr viel Leben. Da unten links steht's. Ach, du je. Wie lange geht die Runde noch? Was? Verstanden? Was? Da will jemand irgendwas von mir, glaub ich. Ist das einer von mir? Nein. Die kommen bestimmt hier wieder gleich links um die Ecke. Oh. Ah. Oh. Was ist das da oben? Ist das ein Böser? Ja. Mieser Camper. Mist. Ah, da kam noch einer von vorne. Forza Lulz. Äh, wo war das? Da vorne. Hm. Ne, ja, den kriegt man doch irgendwie weg da. Nur, dass die sich da irgendwie niemand drum kümmert. Sch. Oh. Gibt's hier keine Medics? Medic! Medic! Mist. Granate. Ich werf da mal eine Granate in die Richtung gleich. Jahu. Juhu. Whee. 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 Oh, hoffentlich respawn da gleich welche. Das wär ja schön gewesen. Naja. Ich denk so gewalttätig. Was ist denn da los? Das Spiel ist nicht gut für mich. Ich soll wieder an meine Zauberei und Maschinen gehen. Oh, hier. Das ist voll der geheime Pfad. Was sind denn das für Rohren? Kann ich da runter? Oh. 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 Ah! Nein, so Shooter sind nichts für mich. Nein, 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 nein. Oh. Nee. Der lebt nicht mehr. Da oben ist bestimmt immer noch Nähe. Oh. Oh. Mir geht immer die Munition alle im falschen Moment. Das macht mich traurig. Was? Ja, hier. Verstanden. Eins. Ja, wie lange geht's denn noch? 37. Ja, das machen wir doch noch. Uh. Ich habe das Gefühl... Oh, jetzt Granate. Oh, jetzt aber. Uh. Wow, wow, wow. Da. Ah, Mist. Gewonnen? War ich das Rote? War ich da drin? War das gut? Ich war vielleicht nicht mal der schlechteste. Kills 3. Oh. Oh. Nee, ja, danke. Hier reicht erstmal für die erste Runde. Jetzt muss ich doch aber tatsächlich nochmal schauen. Ich denke, bauen wird tatsächlich... Ach, hier ist Anfänger auch noch. Aha, Beginner. Aha. Oh, vielleicht hätte ich das erstmal machen sollen. Mhm, 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 mhm. Spielmodusräume. Aha, 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 aha. Hier gibt's doch Quick-Join. Na, vielleicht gehe ich da mal noch in eine Runde rein. Schauen wir das jetzt hier mal nochmal bei denen hier, äh... Für die Kleinen an. Ah, da ist aber ein Hin- und Herge-Join immer da drin. Das ist ja Wahnsinn. Äh, Join, Join, Join. Kann ich jetzt auf meine Items sehr genau. Und irgendwie... Premium? Nee, was? Hauptwaffe. Scharfschütze. Nee, gut, das hab ich halt nicht. Gut. Achso, muss ich sicherlich in diesen... Gibt's doch so einen Shop, genau. Shop. Aha. What? Aha. Ja, schön. Äh, Waffen zum Beispiel. Was kostet das jetzt? Mich? Permanent. Permanent. Was? Na, ich glaub, ich muss mir da noch einige Sachen genauer zu angucken. Ich hab hier 10.000 Brick-Punkte und 1.157 Force-Punkte und keine Tokens. Ah, Tokens wird bestimmt so ne... Ah, ja, entweder man braucht ganz viele von den Punkten, die man sich erspielen muss oder ein paar von denen, die man sich kaufen kann. Nehme ich jetzt mal an von dem, was ich jetzt hier sehe. Ja, genau, Tokens. Hier war ja klar. Nee, alright. Ja, aber irgendwie bei den Anfängern ist nichts los, hab ich so das Gefühl. Neh, bisschen schade. Achso, ja, hier, weil ich mein... Was? Ich weiß nicht, ob das so viel Kämpfen ist, ob das auch ein bisschen mehr Bauaspekt manchmal enthält. Und ja, jetzt, wenn es ein reiner Shooter ist, ist es, glaube ich, auch nicht so wirklich das Richtige für mich. Ich muss einfach mal schauen. Ach, das gab jetzt sogar EP. Mhm. Ich werd's mir auf jeden Fall nochmal anschauen, werd noch ein paar Runden spielen. Werd erstmal Tschüss für jetzt sagen und vielleicht oder ich hoffe mal, sehr wahrscheinlich sieht man sich dann wieder bei einer neuen Runde Brick Force. Vielen Dank fürs... äh, bisher... Vielen Dank bis hierhin fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö